Hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich will euch heute zeigen, wie ihr an diese Truhe hier rankommt. Und zwar ist die in Le Louvre in Tullieres und ich befinde mich hier bei dieser Treppe, die auf der Karte angezeigt wird, an diesem Untergrundeingang. Und werde euch mal zeigen, wie ihr an diese Truhe kommt, weil ich selbst habe lange gebraucht, bis ich rausgekommen habe, wie man da hinkommt. Und zwar ist hier genau gegenüber von dieser Treppe eine weitere Treppe, die allerdings nicht immer angezeigt wird. Und dementsprechend ist es wirklich schwer, an die Truhe ranzukommen. Habt ihr das aber erstmal entdeckt, es ist wirklich, wirklich einfach, denn ihr geht einfach hier drum rum, öffnet diese Tür und seid bereits an der Truhe. Das war es auch schon. Ich hoffe, es bringt einige von euch weiter, die vielleicht schon länger nach dieser Truhe besucht haben, so wie ich ebenfalls. Und ich hoffe, ich sehe euch auch im nächsten Tutorial-Video wieder. Und ja, lasst ein Abo da, das wäre sehr nett. Macht's gut, bye bye. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!